so und wir haben flugpunkt hier flugpunkt hier flugpunkt wir haben wir haben einen flugpunkt hier ich dir irgendwas folgt uns da so was machen wir denn als erstes den stachel oder die giftdrüsen ich suche gerade eben wo der da 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 ne ne seid ihr auf einen handel aus ja 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 da wollte ich die wollte sachen eben verkaufen und schnell und habe mich eben schnell repariert und dann zeremonien glieder maßhacker okay der ist besser den ich jetzt gekriegt habe diesen stab bei mir nicht zeremonien okay das ist auch eine 253er das ist die axt die ich da habe so dann tausche ich jetzt aus habe direkt 275 glaube ich ja da bin ich eine gegenstandstufe gestiegen äh jo ich würde sagen wir gehen jetzt hier in die achso bist du fertig äh kuh ja warte äh kuh äh kuh ach guck mal da locken gerade welche aus ach wie geil dann dies bronzen so einfach äh kuh ach guck mal hexenbesen ach ist nicht auch ah ne schlotternächte sind vorbei glaube ich ne sind begonnen es sind schlotternächte fe ja so jetzt komm du schlotternacht wir wollen na gut ist zu zeitwanderungs dungeon und so weiter sind aktiv und die schlotternächte da ist ne quest jo machen wir auch noch es sind schlotternächte die wir töten müssen und da sind die blätter die wir auspressen müssen jo die brauchen wir nur sammeln hoho hm hm der arme kleine goda ist wirklich aufgewühlt seit seine freunde verschwunden sind ich habe ihn hier oh mächtig entdeckt er wurde wohl von einer dieser schrecklichen wespen gestochen doch ein tropfen unseres sandstachel gegen gifts hat kuda wieder auf die beine gebracht nehmt etwas davon mit und seht euch nach anderen hilfsbedürftigen kleinen freunden um ok wer überleben muss einfallsreich sein und kann ich hier mit dem steinigen machen locker stein ich kann stein nur schmeißen ungültiges ziel auf wen kann ich ihn schmeißen und da sind die ok auf die auf die auf die kann ich die schmeißen auf die kann ich steifisch schmeißen ja und stachelblätter sind hier auch also von daher ein 2 von 13 kein hab ich auch ich kann hier auch so anziehen glaube ich ja du auch schon mal oh warum warum rufst du ihn direkt näher nee das hat ja automatisch weil die zusammenhängen sind wenn die einmal groß und klein aber es soll egal umso schneller als ob wir durch ich bin ja der der vergiftet ist da liegt glaube ich irgendwo so ein komisches kleines wesen gegen die verbrechen gegen die verbrechen was ist denn da so so tiger art war tiger da sind die kurzen eins von acht sind so kleine tiger die krieg ich ja dann auch da ist noch so einer da unten zwei sind da nee das sind keine ne das sieht aus wie äh wie heißen die brettchen brettchen genau danke äh was ist denn ich mach einfach weiter ich mach einfach weiter da haben wir beide glaube ich ja ja aber ich hab so ich hab er hat irgendwie nicht aufgehört ich hätte versehen ich hätte andere auch angeklickt komm kleines frättchen lauf lauf kleines frättchen alter die mücke die nervt mich hier ich fliege mir die ganze Zeit um die Nase rum halloo das ist wahrscheinlich für die die keine Magie haben steiner mit jeder die achso so ein kleines frättchen die sind was für Pflanzen ich wollte Pflanzen eigentlich nicht angegriffen haben so toll hat seine da jemand nicht schläft der Sucher ja wenn die jetzt nicht in ihr Zimmer bleibt kriegt die Hausarrest und manche würde da noch jemanden Siegeln gerade so spielen wir da jetzt nicht sicher hier eine haben wir abgeschlossene das ist zu weit entfernt das ist zu weit entfernt 9 von 15 ja hab ich auch achso komm den nehmen wir die jetzt nicht hier weg ja nö ich mach das mal mit quetsch 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 zwei muss ich noch quetschen und da hinten sind noch zwei naja genau oh wie süß 7 von 8 aber die kleinen frättchen waren voll süß ja 8 von 8 ich will warte so ja hab ich auch wißt du die kommen ins Charme die hängen nämlich zusammen nachher habe ich nicht gesehen die zwischenzeitlich zusammen ja ist ja auch nicht schlimm so und 15 äh und 13 ich hab ja doch auch 13 genau zwei Stück brauchen wir noch dann sind wir durch toll warum nicht immer derjenige der vergift ist ist man wenn ich vor kurzem moment wir haben hier was silbernus was gold silber bei mir ist schwanen mutter kratz ist bei mir gold also so gold nein das ist über der andere ist gold segel setzen hä wird bei mir angezeigt beziehungsweise über ne silber sind die das ist kein gold ja wenn du die gold ist gelb das ist gelb ja aber ich meine auf der minikarte gold nach stähren es ist ein gold nach stähren wo ist die hin wo ist hin der echt jetzt wird der wahrscheinlich erlegt es gibt so nicht wochen hin ich jetzt wo warum aber die Höhle oder haben wir die Höhle jetzt nicht gewohnt aber ich sehe nicht mal mehr den Stern aber ich gehe nochmal zurück da wird selber gut Alter Wollen wir ja holen dafür sind wir ja hier ach tsch nicht angreifen du Krabnage ich reite nochmal runter der Stern ist auch weg na hier ist er wieder hier unten ist er wieder noch tiefer hier müsste die irgendwo sein aber wo was soll die denn sein soll der Eingang sein kann aber auch oben sein und dann kommt es runter ne hier ist der Eingang ich habe es gefunden siehst du mich ja ich folge dir auf Schritt und Tritt da ist die Schwanenmutter Hallo Mama wie schaut es denn aus bei dir natürlich kommen da kommen da noch welche zu die wollen ja alle die holen ja wird egal so einfacher ist das die 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 da hast du natürlich recht ein bisschen Azzaritmacht gefunden ich habe eine Taille gefunden und einen Stab das ist auch gut Entschuldigung alles gut Karten und Frosch im Hals wartet du bitte auf mich dafür voll dumm voll dumm voll dumm da kommen wir jetzt alle Christi es ist nicht nur die abgeben genau ja schon dann kann W.O.W. mehr gespielt ne genau ich weiß auch nur noch Subarke wo wir Stingelblüm sind aber wir müssen auch mal die Quests bei Dings abgeben die Hordequests und so ne ja 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 schon und wir brauchen ein bisschen story mäßig auch da weiter kommt genau so machen wir erst hier ja ne und dann machen wir die andere noch ich kenne diese denn besser als die andere ich kenne diese denn besser als die Mera habt ihr den Saft? eure Freundin wird lustig sein wenn sie erwacht ne tun wir so das ist eine Menge Saft es ist nicht sicher allein zu was das ist eine Schnellmerkerin was habt ihr dabei? habt ihr die Drüsen dabei? ohne sie können wir eure Freunde nicht heilen natürlich habe ich die Wahl schnell untersucht Kiyo die Drüsen die sind genau richtig es beenden ihr habt was hier habt ihr den versprochenen Balsam macht denn der hier? ja gut ja äh verletzung eurer Gefährten heilen sollte verwendet ihn großzügig auf allen offenen Wunden die Wirkung sollte sofort zu spüren sein verwendet ihn ja wir gehen dahin wo die Sande uns führen so irgendwie sind die Füchschen süß das wär ne Rasse die ich gern spielen würde ungültiges Ziel ja ich krieg die jetzt schlecht angebatscht so jetzt aber oh oh seid ihr das? oh wo sind wir? ja wo sind wir? was kann ich mal für euch tun? achso da bist ja du da haben uns diese Kreaturen geholfen ich kann mich bloß noch daran erinnern wie wir über den Imperium der Siskark geflogen sind dann hat es plötzlich hell geblitzt und dann war alles dunkel naja liegt da dran dass du runtergefallen bist genau ach nö ja schön euch in Sicherheit zu sehen aber was ist mit den anderen wurden die von der Wüste verschluckt? ihr müsst zurück zur Absturzstelle und rausfinden ob die anderen überlebt haben ich werde mich mal umhören vielleicht weiß das Fuchsvolk ja was über Rakera sucht die Absturzstelle und den Umgebungen nach Überlebenden ab immer schön vorsichtig Bilderwixer hau ab man jetzt die Mera naja ok ich habe dieses Notizbuch im Sand vergraben gefunden Kiro wollte es ins Feuer werfen in unserem Wagen ist kein Platz für ein Tagebuch Mera welch praktischen Nutzen hätte es für uns sagt es ihm nicht aber ich finde es faszinierend könnt ihr euch vorstellen was für Geheimnis es birgt? es fehlen eine ganze Menge Seiten aber ich wette dass ihr sie da draußen in den Dünen finden könnt findet die fehlenden Seiten aus dem Notizbuch hey sterbt da draußen nicht nein wir sterben nicht sprecht Kampf um den Krimikrams äh um den Krimskrams Nisha sagte mir dass ihr auf der Suche nach einer Verband äh was nach einer Verbanden hier seid mit Namen Rakera wir kennen sie zwar nicht aber wir können euch vielleicht helfen sie zu finden wenn ihr uns helft helfen wir euch abgemacht wir leben vom Sammeln wir tauschen die Sachen ein die wir finden aber die Sekrat die unsere Höhlen überfallen haben sind mit unseren Sachen auf und davon ich wusste immer dass sie rücksichtslos sind aber so viel Gier hatte ich ihnen nicht zugetraut holt holt uns zurück was die Setrak uns genommen haben und wir geben euch sichere Geleit durch die Dünen ok genau das tun die Dünen so jetzt müssen wir erstmal ja ja genau ich lauf eben hier rüber noch abgeben warte mal mich nerven auch diese einen äh ja manche davon nicht alle ne mich da leuchtet was das sind die Steine glaube ich ne na krass Notizbuch also einer der Seiten aber du stehst da so beschissen drin dass ich das nicht annehmen kann äh warte besser? ne ok ich stehe jetzt gar nicht mehr ja aber ich kann es nicht anklicken weil ich jedes mal eher das Zeichen hatte mit drauf dass ich mich auf die setzen soll oh verkehrer wo wir den Rest unserer Tage verbringen werden was nicht mehr viele sein dürften an der drückenden Hitze merke ich dass wir fast da sind ok das war Vakara benötigt ihr irgendwas? das wollen wir schon mal vorlesen oh ich bin so erleichtert wir müssen diesen kleinen diese kleinen Kerle von allen mit großen Stacheln dort draußen behüten da werde ich wohl ziemlich beschäftigt sein es würde uns sehr helfen wenn ihr auf Kodas kleinen Bruder aufpassen würdet er heißt Poda ja den haben wir wahrscheinlich jetzt als hm genau den aktiviere ich gleich als als Haustier hab's nur getweetet hab Dank und bitte zurück Poda fest von mir es ist der Poda am Powa leck mich doch am Poda guck mal hier naja das ist ein Tier das ist ein Nager man ich sehe das nicht nein ach die Wolchorange ich wollte mich als Wolf verwandeln naja hab Begleitung dabei ah ich sehe was ich sehe was ich sehe was was du nicht siehst da hauen wir uns mal eben durch natürlich jetzt verschwinden die weiße wenn wir anfangen zu kämpfen das ist ja immer so ja mitnehmen prima Gold für hier ist jetzt nur der lockere Stein willst du mich verarschen sind das echt nur die lockeren Steine oder was es sind nur die lockeren Steine die ich gesehen habe ah wie bitter es tut mir sehr leid ist ja nicht schlimm ah aber da ist was hier ist eine Seite aus dem Notizbuch warte 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 ich guck immer noch nicht so schnell ja ich glaube die werden auch als Punkte markiert ja sehe ich auch gerade hoch die Sonne ist hinter den Dünen untergegangen da lässt die Hitze endlich nach die so viel wahnsinnig macht einer von uns hat einen Hitzschlag bekommen und etwas von einem Tempel im Süden gefaselt der verbannte aufnimmt der wird die Nacht wohl nicht überstehen na glaub ich dann auch nicht dass er die Nacht überstehen wird ich such grad die Punkte warte hier ist hier oben ist ein Punkt hä wenn du hier hoch gehst ne das ist doch schon ein Gegending nein das ist ein Punkt notizbuch ich muss nur gucken oh hier sind auch noch Quests ich bin hoch ich bin hochgekommen ach du ich will hier nicht hier sind noch Quests oh ich hol mir mal eben dort Stück Paper ja ich muss das selber auch noch holen und zwei Quests ich hab gesehen von Jack Razzett gesandte Attentäter haben unser Lager mitten in der Nacht angegriffen unbewaffnet und im Halbschlaf konnten wir uns nicht wehren ich hab den Verräter abgewehrt aber es war zu spät die Überlebenden hatten sich in alle Winde zerstreut und sind jetzt auf sich allein gestellt das ist natürlich bitter wer als erstes wie soll der hier das Weibchen Neri ich glaub die sind beides Weibchen ne Neri diese Sesrak sind vielleicht stark aber wir sind schnell also zumindest Merkaru und ich wir haben es gerade soeben in einem Stück zurück in den Wagen geschafft die anderen hatten wohl nicht so viel Glück wir haben eine Weile gewartet aber nichts mehr von ihnen gehört Könnt ihr vielleicht nach unseren Freunden Ausschau halten wenn ihr da reinmarschiert befreit Fakasi und Kippt aus dem Schlangen Schlund Habt ihr was für mich? Gibt auch Rüstung Vogelfutter Ich weiß nicht warum ich mich dazu bereit erklärt habe wir sollten doch gar nicht plündern Kiro gab mir genau Anweisungen ich sollte ins Becken gehen und die Bussade füttern Ich kann erst wieder ins Lager zurück wenn sie gefressen haben aber solange es mit dem Becken noch von Sresrat wimmelt kriegen mich noch keine 10 Pferde dorthin Habt ihr schon mal die Bussade gefüttert? Ist wirklich ganz einfach versprochen ihr tötet etwas die fressen ist und das war's dann auch schon tschüss Wer überleben will, muss einfallsreich sein Ja gut, wir suchen immer noch die Seite Ne, wir haben doch alle Seiten Äh, achso echt? Ja So, da töten wir mal eben dann können die halt fressen aber das ist noch was kleines äh, übrigens wach Au! der Sache macht Das tat aber weh Ich habe kein Ziel Am die Bussade, aktivere Sitzende, aber wie viel müssen die Bussade gefüttert 8-8 mal müssen wir die Füttern Au! Na, der Jueger 2-mal Au! Hä? Hä? Warum konnte ich den jetzt nicht? 3-mal Jojo Jojo! So schaut's auf, Sve Ah, die sind irgendwie süß Die Bussade Ja, die sehen aus wie Geier Ich mag Geier Der Deutsche Pleite Geier ist das Alter, jetzt ohne Spaß Es gibt ja wirklich hier den, äh Der Deutsche Pleite Geier Nee, der Geier Äh Kanzlergeier Kanzlergeier oder irgendwas So war es so ganz komisch Ich bin außer Reichweite Du bist zwar außer Reichweite, da habe ich schon mit gefunden Ja, das leuchtet gleich wahr Äh Na ja, klar Ja, beziehungsweise... Puls überprüfen. Reagiert nicht mehr. Ist tot. Genau, die Klinge machen genau die... Ist tot. Und jetzt müssen wir noch Tarakai finden. Ich mag zum Beispiel so gerne WoW, wie dieses... Demnächst können wir sogar streamen. Da leuchtet auch irgendwas da. Ja, ich will aber erstmal da hier zu fressen holen. Lass doch erstmal das. Ich bin doch ja schon da. Ja, ich bin schon fast da. Ja, toll. Pressen hier auch sich gegenseit? Ne, da kloppt schauen wir nicht. Okay, das machen wir nicht. Ja. Ja. Ja, wir sind schon zu weit. Wir sind schon aus dem Kreis raus, dann kommen wir das aber eben hier. Die Akasi gerettet. Ja. Ich werde diese schon begleicht, versprochen. Haben wir gleich gemacht. Aber auf dem Rückweg, wenn wir die Quest zum Beispiel abgeben, dann kommen die Geier wahrscheinlich. Oh. Dann brauchen wir halt nur noch einen. Vogelfutter brauchen wir nur noch einen. Oh. Ich sehe schon mal ein Leichnam wieder. Oh. Und da hinten ist der Zaun. Ich sehe die Leiche nicht. Ich sehe die Leiche nicht. Ich sehe die Zaun, das ist ein Gefängnis und Papp. Ja, aber du siehst die Leiche, das Tier, äh, die Dings nicht. Ganz ohne Gegenleistung? Ihr hebt euch von der Masse ab. Oh, doch. Ich sehe, glaube ich. Oh. Die Klinge wurde vor kurzem im Kampf eingesetzt. Das Blut ist daran noch frisch, das Takayas Klinge. Leiche in der Nähe zu sehen, ist scheinbar ein einziger Träger entkommen zu sein. Okay. Das heißt, wir müssen tiefer rein. Äh. Ich hänge die Klinge fest. Super. Hallo. Ich glaube, der ist nie so glücklich. Ne. Da war nicht glücklich. Kann man es manchmal schild. Kann man nicht mehr mitzunehmen. Ich werd nicht mehr mitzunehmen. Ich hab nicht mehr mitzunehmen. aber ich könnte das mal nach also Krimskram hab ich hier gefunden wir müssen eh hier rein Krimskram? ja die haben Krimskram dabei ich hab eins gefunden 1 von 6 achso das ist auch für die tauschen und so weiter ne ja genau das was wir sammeln sollen Krimskrams Krimskrams ja genau das hab ich zum Beispiel einen Sperre gefunden neuer Land wird als nächstes fallen das glaube ich weniger unser Land wird bestimmt fallen das glaube ich nicht aber wo sind die hergekommen wo sind die hergekommen die gibt es wohl schon länger ja aber dass die jetzt auf einmal da sind ne die sind jetzt nur wieder aktiv nur mal war so unter der Erde von mir wird gesagt nur die haben sich so äh sind so viele geworden und schon wieder ein Questgegenstand mhm so wie das so Dach aufwachen die der andere kann auch mit mir noch nicht dazu kommen das ist mir egal wie er schon bei mir brauchst mir gar nicht doof kommen wenn ich nichts die Krimskrams ich hab zwei Sachen jetzt schon ich hab zwei Sachen eins fehlt noch eins fehlt noch hey eins noch aufstehen wir werden hier schlafen Invasion Angriff und so weiter und verprennts hier alles das geht ja nicht ich hab alles ja jetzt hab ich auch alles ja jetzt hab ich auch alles dann können wir glaube ich hier wieder rausgehen ja ist alles fertig soweit äh kann man auch jetzt mal da ja ne nein schon ich glaub jetzt sehen wir dann äh hallo ich hänge wieder fest ne von hier kann man doch das Schwert oh ich bleibe mal drin hängen man die Quest haben wir auch schon abgeschlossen weil wir haben ja das Schwert gefunden jetzt brauchen wir nur noch die komischen Viecher da nochmal zwei Stück äh 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 genau füttern und die Seiten müssen wir noch finden mir fehlt nämlich noch eine Seite sehe ich nämlich eine Seite fehlt uns noch ne ich hab alle ok das ist ja nicht schlimm aber wir sehen die für das Imperium so jetzt machen wir hier das Vogelfutter fertig und dann können wir die Queste nicht auch alle abgeben ja hallo kleiner Freund Aua naja wohl auch nicht 8 von 8 so hier muss noch irgendwo ach da liegt noch eine Seite hier liegt noch eine Seite hier liegt noch eine Seite hier liegt noch eine Seite Was habt ihr mir denn mitgebracht? Was habt ihr mir denn mitgebracht? Schon wieder Stiefel? Die Dünnen geben uns alles, was wir brauchen. Die haben echt süße Stimmen, finde ich. Was habt ihr mir denn mitgebracht? Vogelfutter. Ich glaube, so satt habe ich die Bussarde noch nie erlebt. Wie viele haben ihren Blut zu fressen gegeben? Ach, er spielt keine Rolle. Ihr habt damit auf jeden Fall meinen Schweif gerettet. Ihr bekommt Azari. Passt auf euch auf, sonst tut das nämlich niemand. Was soll ich ganz ehrlich sagen? Passt auf euch auf. Das macht nämlich sonst niemand. Was ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde die als Charaktere süß. Ja, 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 ja. Und das wäre vielleicht mal... So, äh, aufs Sinne. Und dann geht's in die Richtung, ne? In die Richtung. Das wäre mal ne Überlegung wert. Aber ich glaube... Also ich fände die richtig niedlich. Ich glaube, ich würde direkt den Charakter erstellen. Weil die sind so süß. Die sind genauso wie die Pandari. Einfach niedlich. Pandari? Äh, Pandaren. Ich konnte sagen, wer ist ein Pandari? Die Pandibärchen. Pandari. Gut, Freunde. Ich sag mal, Quest geben wir ab. Nach der kurzen Pause. Genau. Tschüss. 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 Vielen Dank.